Hallo Leute und willkommen zum Pokemon Fire Ash Was wäre, wenn ich Pokemon annehmen wäre Im letzten Part haben wir ein bisschen trainiert und diesen Trainer besiegt Ich bin gerade aufs Kühn heimgegangen Ok, das Polo können wir sehen mit dem Traumato eventuell Nein, können wir nicht, also wir müssen jetzt Capture Ok So, wir haben sich vorbereitet auf den Kampf. Okay, Kalabau wird jetzt den Pikta wechselt Pikachu rein. Pikachu überlebt nicht mal die Konfusion. Das schlecht ist Pikachu. Okay, wir riechen dann da mal rein. Tromato hat Level 24, sehr gut. Das ist Tromato schon mal befasst auf dem Level, auf dem wir sagen wollen. Ich habe auch ein weiteres Tromato länger gebraucht, um auf dem Sunset zu kommen. Okay. 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 So. So. Okay. Ich habe mir diesen Cup-Party in Waren gleich nicht zulassen. Da war eigentlich ein ziemlich starkes Team. Ich glaube das ist ein Kampfverlierer tatsächlich. Es steht aber nur in der Analyse, dass wir noch die Darksten sind. Das heißt wir müssen allgemein noch unsere Pokémon trainieren. Das aber diesen Kampf von Timos besiegt. Aber da war es noch mit der Händler. Triften können wir es schaffen. So, das ist unser Team auf jeden Fall. Wir können es an diesem Trainer vorbeischaffen. Ich versuche es jetzt noch mal an, sonst gucken wir mal auf über 30 hoch. Gut, One-Shot-Learn-Kannabra, das war wichtig. Dann habe ich die Katschung. So, jetzt wird es so interessant da machen. Der Wind ist dann im Reflektor echt gar nichts. Wenn die Dame seine Verteilung anfeuert wird. Das ist ein Name, der wird 27. Das ist sehr gut. Schade. Gut, One-Shot-Learn-Kannabra, muss jetzt den Text weitermachen. Gut, One-Shot-Learn-Kannabra, muss jetzt den Text weitermachen. Ganz so viel geplant, ob das trotzdem nicht. Aber Sieg er Sieg. Ja, wie gesagt, ich glaube wir schaffen das noch nicht ganz die Arena. Das ist ein Name, der Name, der Name. Das ist ein Name, der Name. Vielen Dank. Okay. So, die Kampfer ist halt auch mal ausgelabelt. So, die Kampfer ist halt auch mal ausgelabelt. So, die Kampfer ist halt auch mal ausgelabelt. So, läuft auch ganz gut mit Traumato jetzt gerade. So, die Kampfer ist halt auch mal ausgelabelt. So, die Kampfer ist halt auch mal ausgelabelt. So, die Kampfer ist halt auch mal ausgelabelt. So, die Kampfer sind 26. Super. Damit haben wir halt das schon mal unser erstes vollentwickeltes Pokémon. Und einen ziemlichen Powerblocken mit zwei, das ist vollentwickeltes Corona-Flandarm her. Und die Kampfer ist halt auch mal ausgelabelt. Und jetzt haben wir noch mal kurz ein. Ich denke definitiv, dass wir noch trainieren müssen vor der nächsten Arena. So kommen wir hier nicht voran. Ja, wir werden sehen. So. 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 Wir haben zu behaupten, wir haben die Definition von mehr aus. So. Ich glaube, dass ich den Hygnus schon auf FFB 17 oder so weiter wegkriege. Aber gut. Ich komme. Okay. Dann können wir das mit Lutexel. Ich habe 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 das mit Lutexel. Wenn ja, werde ich definitiv den Kampf noch einschneiden, ansonsten werde ich mein Team noch bis Level 30 hochleveln, wobei ich werde das so machen und dann sowieso bis Level 30 hochleveln. Aber was schon ein sicherer ist für uns? Was schon ein sicherer ist? Was schon ein sicherer ist? Ich bin gespannt, ob wir hier auch noch ein Apollo finden. Was er zusammen begleitet, weil er würde uns jetzt noch viel hinziehen. Da würde uns auch fehlen, dass er mal von Pokemon, der erst gefangen hat. Okay. 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 Ich guck jetzt einfach mal auf der Sonderalpolo die ganze Ebene durch. Ich guck jetzt mal auf der Sonderalpologe. 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 Okay. Okay. Okay.